Hallo und herzlich willkommen zu Unicorn und zur Erziehung des Gewinners dieser wunderschönen Tasche. So, endlich ist es soweit, heute ist Montag, 21 Uhr und ich werde jetzt mal den Gewinner ziehen der Wow Hybrid Gel Polish Tasche im Wert von fast 40 Euro. Video dazu ist hier oben nochmal verlinkt, falls ihr es nicht gesehen habt. Ansonsten werde ich jetzt den Gewinner ziehen und zwar wieder mit dem Common Random Picker, genauso wie beim letzten Mal und beim vorletzten Mal. Beim letzten Mal konnte ich leider kein Video machen zum Gewinner, da ich leider in Holland war geschäftlich und da war es mir nicht möglich das Ganze aufzuzeichnen. Deshalb sorry nochmal dafür, aber wie gesagt, ich versuche es jedes Mal in Videoform nochmal den Gewinner zu ziehen und ja, das machen wir doch jetzt. So, 21 Uhr, dann schauen wir doch mal wer gewonnen hat. Die beim letzten Mal gucke ich erstmal, was nehmen wir denn da am besten? Na ja, speichern wir hier und bla 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 bla. Und zwar random comment picker. Ich nehme mal den. Den hat man noch nicht, suchen wir mal das Video dazu raus. Wer nicht weiß wie teilen geht, hier auf diesen Button drücken und dann könnt ihr das Ganze auch schon euren Freunden zeigen. So, kopiert ist es und dann gucken wir mal hier rein. Ich habe mir wieder gedacht, ich drücke diesmal dreimal und dann gucken wir mal wer gewonnen hat. So, suchen wir erstmal das Video. 126 Kommentare. Jawohl. Und dann. Start. Start. Nr. Nr. Und Nr. 3. 3. So, der Gewinner ist Brit Brit Nagellack Cash Tag und dann noch so ein kleines Kätzchen. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde dir in den Kommentaren schreiben, wie das Ganze jetzt vonstatten läuft, wie du deinen geilen Gewinn erhältst. Viel Spaß damit auf jeden Fall. Und ja. Und ab jetzt gilt natürlich auch der Gutscheincode. Falls ihr Bock habt, euch mal richtig geil die Nägel zu lackieren, könnt ihr mit dem Gutscheincode hier unten nochmal eingeblendet, die Unicorn 20. 20% auf die ganze Kollektion der Wow Hybrid Gel Polished sparen. Auf jeden Fall da mal reinschauen. Und viel Spaß beim Shoppen. Aber genauere Infos zu den Gutscheincodes ist unten nochmal verlinkt und beschrieben in der Infobox. Auf jeden Fall da nochmal reingucken, falls ihr Interesse an dem Ganzen habt. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Achso. Ja. Ganz wichtig. Ich glaube, ich weiß die Antwort schon, aber habt ihr mal Bock auf einen Livestream? Das schwirrt so gerade bei mir im Kopf so ein bisschen rum, dass ich das vielleicht mal machen möchte oder machen könnte. Das Ganze wäre dann bei Twitch zu sehen. Ja. Wie gesagt, mal gerne unten in die Kommentare, was nehmen wir, den Hashtag Livestream reinklöppeln und ja auch gerne mal dahinter schreiben, was ihr dann gerne sehen möchtet. Und zwar könnt ihr euch entscheiden zwischen drei verschiedenen. Einmal die Vollmodellage mit Schablone und Pinschen. Dann die Vollmodellage mit Tipps. Und dann könnt ihr euch noch entscheiden, ob ich dann darauf French machen soll oder ein Fullcover. Also das gerne hinter den Hashtag, was hatte ich jetzt gesagt? Livestream? Genau. Hinter den Hashtag Livestream. Einmal bitte eure Wünsche schreiben, was ihr gerne sehen möchtet. Und dann werde ich versuchen, das Ganze möglich zu machen. Es ist ein bisschen aufwendiger, deshalb wird es wahrscheinlich auch ein Weilchen dauern, bis das Ganze dann auch irgendwann geschieht. Ich muss dann noch ein bisschen Ausrüstung verkaufen, weil das ist ein bisschen komplizierter, als so ein Video für YouTube mal eben machen. Aber es wird dann auf jeden Fall kommen. Ich werde das Ganze nochmal in den nächsten paar Videos nochmal fragen, damit es auch wirklich jeder sieht und auch jeder sagen kann, ob er Bock drauf hat oder nicht. So, das war's jetzt für heute. Ich wünsche dem Gewinner viel Spaß mit dem Wow Hybrid Gel Polish und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis nächsten Freitag, euer Chris.